Hallo, mein Name ist Henriette Rietz, ich bin der Filmdirektor des Animation-Films Postpartum und ich komme aus Berlin, Deutschland. Die drei M's, Mom, Milk und Mieke. Ein Besuch am Nachmittag fühlt sich wie drei Tage an. Manche Tage fangen nicht an, manche hören nie auf. Hart am Bonnen, hart am Heulen. Ich studiere Visual Communication und meine Arbeit fokussiert mehr auf Illustration und GIF-Animation. Also habe ich keine Filmmakingen Erfahrung gemacht. Das macht mich sogar mehr stolz mit meinem ersten Film Film von Real-Animation. Ich würde definitiv sagen, dass mein Film Postpartum ist female. Ich möchte die massive und vielleicht überwärmende Veränderung, die wahrscheinlich alle Mädchen erleben, nach der Geburt. Ich habe das Gefühl, dass die Herausforderungen, die mit der Mutter sind, sind so komplexe. Und unsere Gesellschaft sollte viel größere Prophe zu jeder Mom in generell geben. Ich möchte Bibi Bloxberg sein. Sie kann magisch machen und fliegen. Sie kennt eine sprachliche Elefante, die Benjamin Blümchen. Sie ist sehr auf die Erde. Ich habe sie gehört, wenn ich jung war. Und jetzt ist meine Frau Mieke super into. Und es würde ziemlich großartig sein, Bibi Bloxberg zu sein. Ich werde die Zeit von 10 Jahren romantischieren, zu denken, wie groß war mein Leben und wie jung ich war. Und jetzt will ich die Zeit von 10 Jahren romantischそれでは sein. Vielen Dank.